Hallo zusammen, ja, wie ihr seht, wir haben wieder Solabdaten bekommen, haben wir wieder, ja, eigentlich sind das zu wenig, weil wir die, ja, von zwei, drei Wochen immer weg haben, locker. Ohne von den Galamen gar nichts mehr, wie gesagt, ich bin jetzt fünf Jahre bei der Firma und dass das dann so leer ist, dass wir gar nichts mehr haben, das ist, ja, unglaublich, das ist, das ist noch nie da gewesen in der Zeit, wo ich hier gewesen bin. Ja, ein Auto haben wir heute auch schon wieder gemacht, das war der Mali-Boo, ganz einfach rumkommen. So, jetzt haben wir hier, das ist ein Lampes, das ist einfach so. Haben wir eingebaut heute, den Leads-Match eingesetzt, dann hat er einen Solaregner bekommen und dann wechsle ich, der war schon drin, damit die Elektronik ein bisschen schön war, weil da alles ein bisschen rüsselig war. Ja, wir haben eine neue Sicherung gesetzt, hier, Sicherung vom Solar, muss auch beschriftet werden und dann ist das eigentlich auch fertig. Ja, so, und dann habe ich schon noch was bekommen von der lieben Chefin und zwar haben wir hier neue Plura gekriegt, ohne Kürbosflecken, weil der Chef hat ja mal Kürbosflecken drauf oder Bratwosflecken und Ketchupflecken. Ja, meine Pluraen jetzt ja immer sauberer sind als hier vom Chef, wie ihr seht. Ja, habe ich noch mal sauberer bekommen, ein Weh dafür, dass der Götz nächsten Tage auch einen neuen Plura bekommt. Ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, das kurze Daumen hoch, abonniert den Kanal und wenn ihr wollt, dass Götz einen neuen Plura haben muss, schreibt es unter den Kommentar.